Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Equestrian. Ich habe gerade meine Belohnung bekommen, nämlich die Belohnung fürs Championat. Ich habe gerade gesehen, ich habe 2500 Edelsteine bekommen. Das heißt, ich habe zweimal etwas bekommen aus der Belohnungsreihe des Championats. Und ich bin super gespannt, was es geworden ist. Bitte drückt mir die Daumen. Ich bin super gespannt und wir haben, okay, wir haben hier noch nichts, wir haben hier nichts drin. Oh nein, habe ich zweimal das Pferd bekommen. Oh mein Gott, bitte sage mir. Ähm. Ich habe hier nichts drin. Und kann ich das noch irgendwie auswählen? Oh mein Gott. Hier ist es nicht drin. Ähm. What? Okay, wir gucken einmal mal in die Belohnungssache hier rein. Ich habe... What? Ich habe irgendwie gar nichts bekommen. Ähm. Ich relogge am besten einfach mal kurz und dann gucken wir uns das Ganze noch einmal an. Weil irgendwie ist meine Belohnung weg. Ich habe nur die Gems bekommen und die Belohnung ist irgendwie gar nicht da. Oh mein Gott, nein. Ich bin super gespannt. Wir sehen uns gleich wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe... Oh mein Gott. Ich habe tatsächlich fast genau das bekommen, was ich haben wollte. Oh mein Gott. Oh mein Gotteswillen. Ich wollte genau diese Trense haben. Oh mein Gott. Oh mein Gotteswillen. Ich bin... Ohne Scheiß. Oh mein Gott. Ähm. Oh mein Gott. Ich bin mega happy. Ich bin mega happy. Ernsthaft glaubt ihr gar nicht. Ich bin mega happy. Genau diese wollte ich haben. Das war bei mir super essentiell. OMG. Oh mein Gott. Ich bin unfassbar happy darüber. Weil genau das Equipment wollte ich haben. Denn ich habe hier nämlich, seht ihr das, genau das, was ich haben wollte. Jump-Wert ist bei meinem Pferd einfach schon ziemlich hoch. Und damit habe ich einfach genau das, was ich haben wollte. Speed und Stamina geht nach oben. Genau das wollte ich haben. Oh mein Gott. Yes, man. Genau das wollte ich haben. Mega. Da können wir jetzt nämlich eine ganze Menge Stuff da reinpacken. Wie ihr hier schon seht. Oh mein Gott. Ne. Einfach mega gut. Genau das, was ich haben wollte. Die, die Satteldecke ist leider nichts für mich. Ähm. In dem Sinne. Ihr könnt uns das Ganze ja mal anschauen. Ich zeige euch das gerne nämlich mal. Ähm. Die Satteldecke. Her bekommt Acceleration Jump Speed. Und wir haben eben aktuell eine Speed Acceleration. Also Speed und Beschleunigung. Also deswegen ist das für mich doch das deutlich Angenehmere, was wir damit dann haben. Denn wenn wir uns mal auf dem Market, nämlich mal die Pferde angucken als Detail, dann haben wir den Aratiri, der nämlich schon eine Jump von 100 hat in der fertigen Version. Ähm. Der einfach die anderen Stats deutlich mehr braucht. Also von daher echt nice. Ich habe den Dragon Mustang nicht bekommen, wollte ich aber tatsächlich auch gar nicht haben. Wir haben dafür noch einige richtig viele Keys bekommen. Und jetzt natürlich den Vorteil, den wir jetzt dadurch haben, ist mega, mega, mega nice. Also wir können ja jetzt auch nochmal gucken, dass unser Pferd dadurch natürlich von den Stats her jetzt urplötzlich richtig schnell geworden ist. Oh mein Gott. Dafür haben wir jetzt den Jump-Wert eben einfach niedriger. Also der Jump-Wert ist jetzt natürlich jetzt nicht mehr, dass er gebufft wird. Aber brauchen wir auch nicht, da keine der Strecken wirklich so viel Jump benötigt hat. Also wir sind damit jetzt ganz schönes Stück schneller geworden und haben im Endeffekt nur 10 Punkte auf Jump verloren. Und das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ähm. Das heißt, wir haben nur einen einzigen Fail bekommen. Der Fail ist sozusagen das hier. Und auch nur, weil wir hier einfach mehr Speed drauf bekommen. Bei der Sache verlieren wir am Ende ein wenig Speed. Also wir können uns das Ganze ja gerne einfach mal auch einmal mal anschauen, was wir da für eine Decke bekommen haben. Können wir uns ja gerne nochmal mal hier anschauen. Bei Tech. Und gucken wir uns einfach mal hier an, welche Decke wir haben und welche wir bekommen haben. Wir haben diese hier bekommen, die hat 10, 25, 25 und wir haben aktuell diese hier. Nein, haben wir nicht. Wir haben diese hier. Genau. Also diese Decke ist ziemlich gut. Speed Acceleration. Und hier haben wir halt Speed Jump Acceleration. Also wir würden für 10 Speed, die wir aufgeben, 25 Jump und 25 Acceleration, also 15. Ich weiß es nicht. Ich will diese 10 Speed einfach nicht aufgeben, die wir darauf haben. Und von daher ist mir das doch dann recht wichtig in dem Bereich. Diese Sachen sehen übrigens echt schön aus. Also es ist wirklich nice. Ich bin mega gespannt. Nächste Runde machen wir auf jeden Fall nochmal eine krasse Ziegfolge. Und ey, mega krass. Ich bin ohne Scheiß, ich bin unfassbar happy. Ich bin gespannt, ob ihr was rausbekommen habt. Ich bin richtig, richtig hyped darauf. Ey, ich habe super Bock, das jetzt alles noch hochzugraden. Muss jetzt erstmal natürlich wieder jede Menge Gold farmen. Aber oh mein Gott, also ich bin echt happy. Ich bin wirklich richtig happy. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bin gespannt, wie ihr die Championate fandet, wie ihr abgeschnitten habt. Ich bin echt happy drauf und habe genau das, was ich haben wollte. Nämlich die Chinese Bridal Zügel, die wirklich top aussehen. Ich bin echt happy. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 We can cry when it's over 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 We can cry when it's over